Ich bin im Technikmuseum Speyer beim alten Hausboot und vielleicht erinnert ihr euch daran, letztes Jahr bei der Weihnachtsplatte gab es in der Fanbox, unter allen Fanboxen, gab es auch ein paar Golden Tickets und heute ist es soweit. Heute bringe ich diese Gewinner in den alten Hausboot rein, zeig den wie wir früh gelebt haben und ein paar Bilder davon werde ich euch auch zeigen. Drei, zwei, eins. So, ich habe zwei Gruppen schon geschafft, jedes Mal so ungefähr eine Stunde mit denen verbracht und denen halt ganz viel gezeigt und viel erzählt und es macht total Spaß. Also ich habe noch drei Gruppen vor mir, deswegen eine ganz kurze Pause, die vom Museum, die waren so lieb und haben mir ein bisschen was hingestellt, ein paar Brezel, ein bisschen was zu trinken, ein bisschen Wasser und schaut mal, was ich hier jetzt direkt entdeckt habe. Also, das kennt ihr doch irgendwie, ne? An Angel, Videoclip? Eieieiei, muss man aufpassen, dass keiner das mitnimmt. Mit der Gitarre und dann hier ein Kassettenrekorder, so ein Walkman und so hat man halt seine Songs geschrieben, einfach die Ideen festhalten und dann habe ich diesen Song mit 13 war ich, habe ich den komplett geschrieben hier und hätte ja nicht gedacht, dass das Leben irgendwie ein Jahr später irgendwie in so viel Länge Nummer eins geht. Das war schon ein bisschen verrückt. Ja, in diesem Wohnzimmer ist vieles original. Das Tisch zum Beispiel, das war schon immer da, vorher auch schon. Manche der Bilder, manche der Sachen sind auf jeden Fall unser Besitz gewesen, aber waren damals nicht hier direkt. Also das, das ist eine Mischung. So, zehn Stunden später bin ich fertig. Nein, so spät war das nicht, aber jetzt habe ich die ersten drei Gruppen habe ich tatsächlich gefilmt und bei den letzten zwei Gruppen habe ich es vergessen. Es tut mir so leid, also die, die bei den letzten zwei Gruppen dabei waren, tut mir so leid, dass ich euch nicht gefilmt habe. Ich wollte das mit hier rein tun, aber ihr wart einfach zu gut. Es hat einfach zu viel Spaß gemacht mit den letzten zwei Gruppen. Ihr habt es nochmal richtig rausgeholt und deswegen habe ich es vergessen, weil ich so hin und weg war. Es war ein super Event. Ich hoffe, ich mache das irgendwann mal wieder. Es hat super Spaß gemacht. Euch noch ein schönes Restwochenende. Ciao.